Wer bist du? Jill. Was hast du studiert? BWL. Welchen Traumjob hattest du als Kind? Arzt. Wenn du ein Buntstift wärst, welche Farbe wärst du? Blau. Machst du das allgemeine Trainee-Programm oder eins mit Schwerpunkt? Schwerpunkt Projektmanagement. Wieso Trainee-Programme und kein Direkteinstieg? Verschiedene Abteilungen. Wie sticht man beim Assessment Center vor? Sei du selbst? München oder deine Auslandsstation? München. Welche Abteilung gefällt dir am besten? Bisher alle. Was hast du dir von deinem ersten Gehalt gegönnt? Ein Mixer. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du während dem Arbeiten? So zwei bis drei. Welche Superkraft hättest du gerne? Fliegen. Ein Monat kein Internet oder ein Jahr kein Gehalt? Ein Monat kein Internet. Serie oder Film? Serie. Was ist typisch für die Bayern LB? Ein nettes Arbeitsumfeld. Was magst du an deinem Job am liebsten? Die Menschen. Warum ist die Bayern LB ein Traumarbeitgeber für dich? Super Kollegen und macht einfach Spaß hier zu arbeiten.